...eine Urgewalt und verfügt über mächtige Nahkampfangriffe. Mit Geruchssinn kannst du Jäger und Tiere in der Nähe orten. Nahkampfangriffe sind auf kurzer Entfernung sehr effektiv. Friss, um Panzerungen zu sammeln und dich zu entwickeln. Der Goliath kann praktisch jede Oberfläche erklimmen. Springen, um schneller voranzukommen. Der Goliath springt in Richtung des Fadenkreuzes. Die Sprungfähigkeit lädt sich mit der Zeit wieder auf. Springst du auf einen Vorsprung zu, halte die Springen-Taste gedrückt, um dich festzuhalten und nach oben zu ziehen. Mit einem gut platzierten Felswurf kannst du viel Schaden aus der Entfernung verursachen. Mit dem Schmettersprung kann man einen oder gleich mehrere Gegner angreifen. Der Feueratem eignet sich gut, um mehreren Zielen gleichzeitig Schaden zuzufügen. Mit dem Rammangriff kannst du schnell in den Nahkampf kommen oder flüchten. Der FeuerFC-Taste Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.